So und damit herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas. Wir sind hier in der letzten Folge stehen geblieben. Haben ja eigentlich die Bürgerwehrmission gemacht, die wir dann am Ende doch abgebrochen haben, weil... Ja. Das... Aua! Aua! Weiß nicht warum der mir jetzt keinen Schaden macht. Okay will keiner mit mir reden. Oh, jetzt ist es so? Auch gut. Ähm... Wir machen eine Sweet-Aufgabe. Sweets Girl. Sweet! Smoke! Shit! Wo waren alle die Homies da? Fucked they had. Damn! Fucked. Hey! Carl, no time to chit-chat. Been seeing a civil family beer, work out on the street and the boys don't like it. I'm pinned down in the civil hood and we need a ride out of here. Pronto! Oh, for sure man! Hang in there! Drop our image and get heated! Äh... Warum zerlegt sich die Grove Street selbst? Äh, ich bräuchte... Äh... Ne Knarren haben wir. Also wir müssen nichts erinnert. Das ist das Gute daran aber... Wir müssen halt schon, äh, recht zügig dahinten. Ja, genau. Sweet geht mir, äh... Komplett... Weg. Wo hätte ich da bitte Zeit gehabt, äh, zu Emmett zu fahren? Hi! So. Hey! Das macht man nicht. Sehr schön. Telefon? Okay. Besorgt der in Viertürer. Äh... Ich nehme am besten das Taxi. Aus... Gründen. Immerhin haben wir hier mit Nitro. Und können ganz schnell bauen. Ja. Sweet. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür, Sweet. Ich hab dich da aus dieser Scheiße rausgeholt, also... Chill mal. Big Love. Okay. So, das heißt wir speichern hier. Und schnappen uns die nächste Sweet Mission. Und dann können wir glaub ich Crash weitermachen. Ich kann nichts mehr zu tun. Und dann bin ich... Ich kann nichts mehr zu sehen. Ich kann mich sagen, wer ich will. Ich kann nichts mehr zu sehen. Ich kann nichts mehr zu sehen. Oh, was... ... ein guter, narrow-minded, ...hippocritisch, ...gangbanger, ...tellin' mir was right und was wrong? Ich meine, Sweet. ...Sissless, ...killing, ...warte, 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 ...warte. ... 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 Das ist besser, wenn man den Motor sieht. Der ist cooler. Ja... ... 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 freund mal sehen das wird schon gut laufen warum steckt die jetzt hier ein oh wow mit dem numpad ok das ist jetzt reudig weiß was das problem war beim numpad die steuerung von oben nach unten ist invertiert muss aber erst mal wissen da hast du gesoffen kacke naja ich krieg das nicht hin will einfach nicht in meinen kopf wenn wir nicht wieder diese schrägen dinger machen müssen aber was am ende hat er noch gewonnen oh mein gott ich gib sie gleich mal frag dich doch mal warum ich verloren hab ganz klar mal verloren weil beim tanzen ist die steuerung hat mit den falltasten ist ja klar und hier ist jetzt auf einmal die steuerung mit dem numpad ja vielen dank auch und dann ist auch noch die steuerung oben und unten invertiert geht nicht noch besser hätte ich schon von anfang an gewusst dann hätte ich auch von anfang an ein bisschen anders den mister gemeistert bin ich mir sicher wir können doch nicht rum brauchen wir auch nicht wir brauchen eigentlich nur eine lackierung und fällig wir brauchen hier nichts ist vielleicht eine kotztüte das kannst du niemandem erzählen die steuerung funktionieren da werde ich nicht mehr da werde ich nicht mehr ich achte jetzt noch mal drauf aber ich glaube nicht dass es erklärt wurde ich meine nämlich beim tanzen ja beim tanzen habe ich es mit den falltasten gemacht das ist ja klar ja aber das ist ein wetteinsatz 10 10 10 ist mir egal ja super 40 42 hä hä die ich muss ja auch das ist auch zack 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 und das ist so dumm du merkst du halt diese invertierte steuerung von oben nach unten und dann willst du sie genauso von links nach rechts anwenden die schrägen dinger mache ich nicht jetzt wo ich so gut wie gar nichts gesetzt habe geben natürlich deutlich in führung das ist super genau mein humor und jetzt habe ich wieder die steuerung verkackt genau mein humor genau mein humor mein lieber ich hab dich fertig gemacht das shit was all right so since when has my brother been a low rider since sweet told me to keep an eye on you make sure that whatever you date don't get you in no trouble gunda nice hopping holmes well you just shook that whatever's hanging come here baby hey get your dirty hands off holmes you're acting like she's your woman eh she's with me cabron so chill the fuck out i treat her nah you fuck off i'm talking to my sister carl jose come on holmes i can handle this this is important to me orale pendejo you lucky that's right you lucky she's has spoken for you vamanos muchachos let's get some fucking beer huh i'm thirsty carl what the hell are you thinking look baby go get in the car okay imma speak to carl you look holmes i love your sister i honor her she's my girl for life this is why stop you from being skinned just then you got a problem with me fine we don't have to be friends but kendall she's happy with me carnad Sehr gut Jetzt bekommen wir nicht einmal mehr die Mission Complete Musik Okay Und wir haben auch keine Mission mehr von Sweet Als hätte ich das nicht sogar gerade noch angekündigt Dass ich nicht weiß wie viele Missionen wir von Sweet noch bekommen Anscheinend keine mehr Okay Viel vorbei Das war's Nein, natürlich nicht Wir speichern aber mal kurz ab Und dann gucken wir einfach mal Gerade mit seinem coolen Lowrider Wahrscheinlich bekommen wir einen Anruf oder so Kann ich mir ziemlich gut vorstellen Fortschritte bei Denise Cool Weil wir jetzt einen Lowrider haben Cool, cool Was man alles so braucht Um Fortschritte bei seiner Freundin zu machen Ein Lowrider Alles goede Vielen Dank.